Wir spielen heute eine Runde Endings erraten. Bei jedem Fehler gibt es einen Schlag. Die Gäste sind mal wieder... Harbel Blalem. Einmal vom Anime Superstore, bekannt für seinen großen Bizeps und seine nicht so große Körpergröße. Megore, also der ist auch dabei. Auch bei Anime Superstore. Ist auch beim Anime Superstore. Und ist heute der Partner, mit dem wir auch den zweiten Teil beginnen. Denn das Ganze ist wieder mal ein Zweiteiler. Wir haben aber heute leider keine Challenge am Ende, sondern die ganze Zeit. Denn wir machen ja Endings erraten. Zwei Teile, zehn bei mir, zehn bei Daniel. Jeder, also der, der verliert am Ende. Der kriegt aufs Maul. Also auf der Hand. Weißt du noch Kindergarten, als wir Brot gefällt haben, Sand gegessen haben und so? Ihr könnt wie immer mitmachen. Schreibt gerne eure Antworten in die Kommentare, bevor es hier gesagt wird. Am besten mit Timecode, weil dann wissen wir, ob ihr schneller wart als wir oder nicht. Checkt auf jeden Fall danach. Megore ist zweiten Teil ab und fangen wir an. Einfach reinschreien, oder? Juhi zu kreisen? Nie gehört. Nein? Was passiert denn? Was passiert denn? Schafe. Kriegen wir beide? Wie? Das ist krass. Das heißt, es kriegen immer zwei. Das ist krass. Das haben wir jetzt erst gerade. Warte mal, das war nur Übung. Das war nur Übung. Bestes Challenge. Wir haben es jetzt realisiert. Das war nur zu kreisen. Ja, aber krass. Wir kriegen wirklich beide. Ich dachte, ich war ganz gut bei Dings, Alter. Bei irgendein Naruto. Ja. Können wir nicht so aneinander lieben? Ja, mach deinen so ein bisschen her. Nein, nein. So raus, mach random. Mach random, einfach der Arm und der Arm. Ich krieg's. Oh, scheiße. Ah. Dein Kasten. Oh, mein Gott. Dein Kasten. Weißt du, was das Beste ist? Ich darf euch doch 38 Mal schaden. Ich mache heute so wie Jett. Du musst jetzt abliefern. Äh, die Müsli. Na? Ich weiß. Die Müsli. Ah, Ticko hatten. Ah, true. Es hat sich angehört wie dieses eine, es hat sich angehört wie dieses eine OST nach dem Kampf. Ja, ja, true. Ich kriegen gar keine Endings übrigens. Ich bin raus heute. Ich und Nick. Nick und ich. Ah, nein, das ist ein Zinsmann. Ähm, El Henker. Bob, das brennt auch so richtig. Ja, ja, das zieht richtig nach. Wo bin ich da? Boah, ich liebe das Lied. Kannst du nicht eins von D. Greyman nehmen oder so? Nein, du bist doch sehr. Haben wir nicht gesagt, leicht. Violetta. Haikyuuu. Naruto. Ja. Ich wollte sagen, Naruto. Was? Ich habe Angst, ihr boxt mich. Oh mein Gott. Das war zu hart. Oh mein Gott. Das war zu hart. Ich habe den Hass gesehen. Ich habe den Hass gesehen. Ah, Junge, schau mal. War gut, war gut. Der dachte, er ist Baseballspieler. Tampang. Ist das, äh, Kakegurui? Bleach? Tattakei. Jetzt kann ich. Ja. Das zweite. Stark. Das war stark. Äh, ja. Metalbett. Hau rein. Metalbett. Ah, dumm, ey. Das war übertrieben. Das war ehrlich übertrieben. Ehrlich. War gut. Ich merke, wie mein Drache langsam weg will. Ich dachte, er wird zu klein. Ich dachte, er ist das war gut. Ah! Guck mal, er ist rot. Aber der wird breiter. Eigentlich muss ich meinen Oberarm jeden Tag schlagen. Gut. Man muss auch mal Props geben. Naruto. Bumpis! Toradora. Dora. Nein. Nur allein April. Mein Dress-Up-Darling? Ist der ein Laufen? Ich sag, My Hero Academia. Willa hat's richtig. Oh mein Gott. Für jeden Schlag ein Prozent weniger von No-Fall-Weib. Boah, mit der Hälfte. Schlag dich jetzt drauf. Dann gehört auch die Hundertprozesse. Ja, du irgendwie, tut mir leid, weil alles rot ist. Oh, warum dahin? Hinterher, 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 hinterher. Ja! Oh, geil. Was? Moment. Ich dachte, ich muss jetzt die wenigsten abkommen. Haben Sie da? Ich bin sehr sicher, ich bin sehr gut dabei. Ich bin sehr gut dabei. Können gehen gar nicht. Sehr angeschossen. Naruto, wie bist du denn? Bayeret Evergarden. Erko-Proxy. Was? Erko-Proxy. Bleach. Bumpis? Attack on Titan. Ja. 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 Also wusste ich. Das ist ja schon. Fingers. Sing es. Sing es. Sing es. Sing es. Oh mein Gott, das lag muss auf der Zunge. Aber ich hab irgendwie, während Hunter x Hunter kam, kam auf einmal Shaming King in meinen Kopf. Ja, mach einfach, komm. Aus. Ich weiß nicht, was das so geil mit tut. Ich fühl das richtig hier in meiner Hand, wie das zurückprallt. Ich sag dir ehrlich, dein Drache wird langsam zum Feuerdrachen. Haku wird zu Shenlong. Fass mal drüber. Kennst du die Leute, die über Shenlong reden, aber nicht wissen, wer es ist? Ja doch, von Dragon Ball. Die sind halt komischere Grüne da. Shenlong, der kann München wieder finden. Ich weiß. Für 50 Euro. Wambis. Nee. Bleach. Nee. Death Note. Ja. Ich will richtig schnell einmal. Ich würde shit euch so... Bitte. Bitte. Oh mein Gott, Bruder. Du weißt, guck mal wo du hinschlägt. Du hast deinen Nacken getrocknet. Der kommt halt hin. Schon geplant, Alter. Was auch. Ist gut, ist gut, ist gut. Selbst wenn er hat, ich kann mich ja nicht mehr zurücknehmen. Ja. Cool. Wer ist der Darling? Nein, das ist dieser eine Alte. Dora Dora. Kona, super. Food Wars. Ich guck dir diese Scheiße an. High School Didi. Ja. Krass. Krass. High School Didi? High School Didi. Das hab ich verloren. Ich sag ihm, der wusste es. Nein, das ist unfair. Boah, das kenn ich. Mahiro Akademia. Wie viele noch von Mahiro? Wie geraten war das? Boku Noah? Boku Noah? Ja, aber du wusstest es ja nicht. Ja, ich wusste 100%. Ah! Ich wusste 100%. Ich wusste 100%. Ah! Ich wusste 100%. Ich wusste 100%. Ah! Ich wusste 100%. Ah! Ich wusste 100%. Ah! 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 Passt dafür, drückt den Like-Button. Habt ihr euch auch geschlagen? Die ganze Zeit, hoffentlich. Der ist ja cool mit einem Lineal. Und mit einem Messer. Ey! Ben, komm mit dem Tisch. Okay. Löt zu reißen. Scheiße, was ist das? Ich bin nicht zu selbst zeigen. Wir haben nichts. Tokyo Rangers! Nein! Fuck woher! Ja! Okay, wer kriegt jetzt? Ja. Also ja doch. Die zwei. Du bist angerufen. Eiii! Da ist das richtige Gebäude. Immer auf die gleiche Stelle. Es ist Gebäude. One Piece. Nein! Jujo Kai-zen. Ja! Das ist doch Ding! Bleach! Garoto! Wir leiden Apple! Dr. Stone! Ja! Ich hat's im Kopf! Also irgendwo. Beide noch. Wie ich! Du bist dann! Ich hab auf mein End einfach geschlagen! Das war richtig cheap! Das war richtig cheap! Das war cheap! Das war cheap! Oh! Das kenne ich! Von Medaille! Nein, nein! Hand runter! Ja! Ähm... Prophecy Everlands! Boah, das kenne ich! Shame King! Shame King! Tokyo Avengers! Food Wars! Alter! Ein alter! Dragon Ball! Tokegut! Stop! Ich hab nie gesehen! Ich wollte das sagen! Noch einmal können! Der letzte! Ah! Gib her! Gib her! Jetzt kriegst du zweit! Nein, bitte nicht! Ich hoffe, wir haben euch unterhalten! Ich hoffe, wir haben mitgespielt! Habt euch selbst zuhause geschlagen! Ich schwöre bei Gott! Diese Challenge war die beste! Der einzige, der nicht in der Beschreibung steht, ist Dennis! Die anderen beiden findet ihr direkt mit dem ersten Link! Der zweite Teil jetzt bei Megauré! Es wird genauso ekelhaft! Es wird wahrscheinlich noch schlimmer! Weil wir jetzt schon Schmerzen haben! Wir sehen uns zum nächsten Video! Ich hab... Kuss geht raus! Kuss geht raus, Jungs und Mädels! Rein und... Einfach Bye! Bye!